und damit herzlich willkommen zu lego harry potter die jahre 1 bis 4 wir befinden uns gerade im vierten jahr beim feuerkelch wir haben letztes mal den hornschwanz besiegt und das ei gestohlen und heute werden wir glaube ich das ei ausbrüten gehen bzw herausfinden was wir jetzt damit machen müssen ich meine jeder harry potter-fan weiß eh was jetzt passiert aber ich würde es nicht vorweg nehmen heute ich würde es nicht vorweg nehmen deswegen laufen jetzt erstmal die schöne schöne treppe runter und machen alles wieder kaputt damit die damit der hausmeister fisch auch was zu tun hat hier oder ich meine der ist ja eh hier total faul der macht ja gar nichts außer herummeckern und ja wir helfen ihnen einfach bisschen wir machen ihnen die arbeit schön gehen wir schon wieder nach heck wird oder was ich kann heck wird nicht mehr sehen man ist wenig wieder in dem wald wir waren schon im wald hier kleiner tipp eine ente mal lieben wird der wo wissen du das hat jetzt sagen geladen ich dachte das war es jetzt ich würde hier so gerne wohnen leute ich würde nie wieder rauskommen aus Hogwarts ich sag's euch ich würde mein ganzes leben hier verbringen kack auf internet da würde ich tatsächlich sagen okay da brauche ich kein internet wo ich habe irgendwas gemacht damit ich einen goldenen stein bekomme habe nicht aufgepasst irgendeine kerze habe ich da gemacht egal cool sehr schön 60 nice wie sieht ihr denn aus kommt ich schreibe euch noch mal so herum das macht doch schwarz oder ja ja bleibt da oben ach herr wie zaubert weiter okay ich gehe weiter ich glaube dann hermine sein ja so die hermine in der winkelgasse sieht besser aus das kann ich euch auf jeden fall verraten ist er nach rechts gegangen oder ja 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 hexen lieben finster nie war glaube ich falsch egal so die waren hier alles schön ich glaube schon mal weiter weil der typ ist mir zu langsam okay da geht es nicht weiter ja aber dann wir können das kaputt machen warte mal eben dann mache ich hier unten auch mal eben was kaputt ist mir nämlich gerade aufgefallen hier ich glaube hier war ich noch nie hallo hier war ich echt noch nie ich wusste nie dass ich im vierten schuljahr schon expulsor hatte also mir ist es nie bewusst aufgefallen ach hier gibt es sogar ein pool das ist ja cool alter wieso kenne ich den raum nicht kann man auf die ente drauf ne ah mal gucken ah oh gott jetzt habe ich den stöpsel gezogen ja gut ne das war jetzt vielleicht nicht ganz so cool wir machen hier einfach mal was ja auch wenn wir eigentlich überhaupt nicht hin müssen ich meine das fällt hier eh keinem auf vorhin dass zermine hier drin ist das stört die irgendwie alle nicht okay was ist das denn hier eigentlich okay das ist einfach nichts aber hier können wir was drehen und hier können wir kaputti machen ah ich kann ja das wasser wieder hoch machen okay schön 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 oh Gott wer war das denn x ja ich kann jetzt hier mit geil oh ist das langsam das ist mir zu langsam ah so gehen die duschen an ich dachte da kommt jetzt irgendwas besonderes raus warte kann ich da auch drunter na da kommt aber nichts ach wir haben ein rotes paket ah nice Leute nice also hier kann ich wirklich sagen ich war hier noch nie in meinem Leben drin obwohl ich das Spiel viermal oder so durchgespielt habe ja seltsam hier so punktzahl mal 8 geil sehr schön hier können wir drausspringen so und wir bekommen hier nochmal ne dusche oder was tatsächlich ah ne wasserrutsche oh mein Gott da da gehen wir gleich sowas von drauf okay hier ist aber nichts mehr gut da gehen wir jetzt drauf Leute oh mein Gott ich liebe wasserrutschen und ich habe mir die bisschen cooler vorgestellt ich dachte die setzt sich jetzt da wirklich hin und dann rutscht man da runter aber ne okay wir gehen wieder wir gehen wieder war schön war schön da wirklich war echt cool hier muss ich nichts machen da ist ja schon meine Mörti hallo Mörti hm 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 komm geh auf ah Heh hä marca was hass hahaha hatte wir uns hier du musst mit dem Ding baden baden we we ist okay okay wir haben wir auf jeden fall mülleimer wozu brauche ich das denn ach so um hier drauf zu tun ah ich muss ja das bad hier fertig machen ich verstehe kann sie auch jemand sieht auch ein zauberstab natürlich sehr interessant da können wir auf jeden fall nichts machen hier auch nicht können wir noch mal groß machen bringt aber nichts hier haben wir eine toilette kannst du bitte da drauf gehen okay dann nicht dann nicht dann lassen wir es erst mal mit dir okay der lacht da schön natürlich sehr schön für ihn haben wir ein paar spinne wo ein besen drin ist oder ein regengeschirr regengeschirr okay bitteschön so gibt es mir dafür was dankeschön mach mal platz mörder die hexe neben finsternis die 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 okay Oh, da sind die Mentor drin gewesen. Ah, warte. So, ich habe ihn besiegt. Und wir bekommen Cedric Diggory als Charakter. Was ist hier denn los? Äh, ja. Cool, ist draußen. Perfekt. Ah, dafür bekommen wir auch. Ja, okay. Wir kommen gleich nochmal zurück, ja? Du wiffen doch Wappen. Ich sehe dich auf jeden Fall. Ich sehe dich. So. Ach, hier müssen wir ziehen. Wir sind aber nicht stark. Nee, leider nicht. Leider nicht. So, hier haben wir noch ein Waschbecken. Geh kaputt. Okay, es will nicht kaputt gehen. Hier haben wir auch noch eins. Wozu sollen wir dich denn gebrauchen? Ich verstehe noch nicht, wofür wir dich brauchen. Achso, irgendwas auskippen. Okay. Dann machen wir hier mal... Ah, wir machen noch ein Crow-Deckel. Ah. Ich verstehe. Warte, ist da nicht das Einfall hier drin? Kann ich das nicht einfach rausziehen? Ist ja traurig. So, hier. Einmal beide. Super. Sehr schön. Gib her. Obwohl, warte. Also, warte. Ich muss nur da hinten anzaubern. Äh. Gut. Ich komme noch dran. Super. Super, 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 dupe. Da kommt das Wasser... Oh, nee. Ich dachte, da kommt jetzt das Wasser hoch. Aber nee, da ist ja eine Treppe. Kannst du damit was machen? Nee. Okay, dann gehen wir mal runter. Ah, da unten ist noch ein Bad drin. Ah. Mann, ey. Ich will dich nachts sehen, Harry. Oh, voll schön hier. Oh, je. Hier könnte ich auch den ganzen Tag verbringen. Außer Mörtel wäre da. Da würde ich irgendwann sagen... Oh, nein. Bitte. Bitte. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe. So. Die haben wir sauber gemacht. Oh, hallo. Oh, 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 oh. Ich krieg keine Luft mehr. Oh, es tut mir leid, dass du da keine Luft mehr bekommst. Hallo. Gib mal weg, du scheiß Krabbe. Oh, die ist ja jetzt richtig hier wütend. Ah, nee. Nee. Der hat uns geholfen. Ich möchte aber nur eben kurz gucken, was hier hinten ist. Das kannst du nicht machen, aber Mörte war, glaube ich, schlau. Die kann das doch bestimmt, oder? Auch nicht? Oh. Oh, ich dachte, sie könnte das. So, hier kriegen wir wieder irgendwas. Äh, Fleur, Sehaufgabe. Cool. Mega cool. Hier kann ich nichts mehr machen? Nee. Okay, dann ist alles hier. Alles hier. Äh, wo haben wir denn hier Wingardium? Da haben wir Wingardium. Ach, jetzt. Jetzt geht's. Nee, nee. Warte, warte doch noch ein bisschen. Sehr schön. Jetzt haben wir hier ne... Ach. Ne Lokomotive mit ner Wolke. Oh, 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 oh. So, hier. Hier hat's Regen. Jetzt sag danke. Jetzt sag du danke, ey. Okay, hier hast du was. Okay, hier hast du was. Ein Zahnrad. Cool. Ach, geh ich mal weg hier alle. Du auch. Danke. So, das kommt dann da hin. Super. Muss ich eigentlich mit der Lokomotive irgendwas machen? Nee, ne? Kann ich gar nicht. Oder kann ich mit da mitfahren? Kann ich ganz gern probieren. Ja, kann ich. Oder nicht. Wollen wir gucken, ob da vielleicht irgendwo was ist. Hier ist tatsächlich was. Bisschen Geld. Okay, dann können wir weitermachen. Jetzt bleibt natürlich das Wasser hier. Sehr schön. Oh, Harry. Das war doch ein schönes Level, oder? Also, das mochte ich sehr. Zeitbrick freigeschaltet. Flör freigeschalten. Zwei Wappen. Das Gürtchen-Obsen wissen wir auch, wo es ist. Und wahrer Zauberer zu. Na, na, na. 94%. Immerhin. Immerhin. Oh, einen goldenen Stein, glaube ich. Nee, zwei, ne? Nee, einer. Okay, cool. Leute. Das war's dann mit Lego Harry Potter für heute. Morgen kommt Animal Crossing wieder. Und wir sehen uns dann. Bis dann. Euer Kamil. Hört rein und ciao. Ciao.